So, grüß euch Servus, heute zeige ich euch das einarmige rumänische Kreuzheben. Zum Beispiel ganz nett für Athleten, die sich irgendwie an der Hand verletzt haben oder sowas und trotzdem irgendwie Kreuzheben bzw. diese Abwandlung rumänisches Kreuzheben ausführen wollen. Dazu eben hier der eine Griff von Life Fitness, eben von drüben vom Kabelzug mit dem Karabiner und eben hier im letzten Loch die Kette hier unten. Und dann füllen wir das Ganze hier unten ein und dann stabilisieren wir uns hier, lassen die Sicherung rausfallen und dann schön gerade im Rücken nach oben und dann am obersten Punkt eben schön die Hüfte wieder durchführen. Wichtig dabei ist eben, dass euer Knie so ein bisschen abgewinkelt ist, aber nicht zu viel, dass ihr hier hinten eben schön die Dehnung im Beinbeuge spürt. Genau. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch entweder umdrehen und die Sicherung reinstellen oder das Ganze eben auf dem Boden absetzen. Das ist eigentlich wurscht. Das ist rumänisches Kreuzheben mit einem Griff. Eine leichte Abwandlung eben zum normalen rumänischen Kreuzheben an der Pizzac. Herדort Herd 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 Bis zum nächsten Mal.